Ja, hallo, ich bin die Marlies. Ich war jetzt wieder drei Tage in St. Moritz im Seminar von Ernst Krameri, also ich bin eine Wiederholungstäterin, wird sicher auch nicht das Letzte sein, ich werde da weiter dranbleiben, weil ich auch diese drei Tage wieder so viele Inputs gekriegt habe, auf dem Weg in die Selbstständigkeit, aber auch grundsätzlich für das ganze Leben, was ja auch selbstständig laufen soll. Ja, familiär im ganzen Bereich, außerhalb des Berufs, aber ganz besonders natürlich auch im Beruf. Heute jetzt das Thema Out of the Box, war ganz, ganz viel dabei, wo man wirklich auch richtig in den Prozess reinkommt. Das finde ich wirklich das Coole an den Seminars, dass man immer in den Prozess reingeht, was nicht immer nur bequem ist, sondern dass man echt ans Eingemachte geht und dann wirklich auch schon in die Lösung geht. Und da habe ich für mich auch wieder ganz viele Top-Erkenntnisse getroffen, die ich auch bereits verschriftlicht habe und eigentlich bereits mitten in der Umsetzung bin. Und morgen geht es damit weiter und darauf freue ich mich.